Hallo Palia-Freunde, willkommen zu einem weiteren Video und zwar befinde ich mich hier gerade in der alten Bibliothek und ich habe eine Schriftrolle gefunden. Diese Schriftrolle hat eine Quest getriggert, von der ich nichts wusste, die heißt Alte Feindschaft Neuer Aufruhr und die alte Library, die schaltet ihr halt im Laufe von der Hauptstory frei, das ist dieses große Gate hinter den Spiegelfeldern, also hier hinter den Spiegelteichruinen kann man hier reingehen, da. Dann lauft ihr den Main-Korridor komplett durch, ihr kommt hier halt mal im Laufe von einer anderen Quest rein und geht auf die rechte Seite und genau hier oben drauf ist die Schriftrolle, die mir die Quest gegeben hat und ich weiß nicht in welchem Patch die reingekommen ist, aber ich werde halt die Quest so zusammenschneiden im Laufe jetzt der Zeit. Und die erste Schriftrolle der Map, die ihr finden müsst, die ist im Wassertempel, dafür müsst ihr bei den Phönixfällen hier über die Brücke und einfach da rauf gehen und in den Tempel reingehen. Da verschlägt sie uns als erstes hin. Und wenn ihr dann im hinteren Teil der Ruine seid, also genau hier runter fliegt und so auf diese Plattform hier, dann könnt ihr hier links reingehen, ihr geht unter dem Vorsprung hierher und ganz hinten rechts in der Ecke ist die Schriftrolle. Und wenn ihr hier drin geht, dann gibt es keine Karte, um das zu zeigen, das heißt anders kann ich euch das nicht zeigen und die liest man dann und dann hat man die erste Schriftrolle gefunden. Und die zweite Rolle ist im Feuertempel drin, dafür müsst ihr halt in den Feuertempel reingehen und ich zeige euch im Anschluss, wo die dann ist. Und zwar gibt es auf der rechten Seite diesen Rätselraum, also der genau hier rechts vom Eingang halt ist. Da geht man rein, geht hier links um die Ecke und hier ist die Schriftrolle neben so einem antiken Topf. Und die lest ihr dann und dann habt ihr die zweite Schriftrolle. Und hier haben wir die dritte und letzte Schriftrolle, meine Posi ist jetzt ein bisschen westlich von der Leuchtturm Lagune und der Search Area, so nordwestlich vom Leuchtturm im Endeffekt. Das ist so ein kaputter Turm und ihr seht, da liegt die Schriftrolle, ich zeige es euch mal von außen. Da ist halt die Brücke, da ist das andere Äquaduct, was so ein bisschen kaputt ist und hier ist so dieser kleine kaputte Turm. Der hat auch so einen bemerkenswerten Baum auf der linken Seite und da klettert ihr hoch und lest die Schriftrolle und wenn ihr die gelesen habt, gibt es bestimmt eine Überraschung auf dem Rückweg vom Gina, weil ich denke, so viel wird man bei der Quest nicht mehr machen müssen. Dementsprechend hoffe ich euch hat das Video gefallen, wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne ein Abo da lassen, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage mal bis zum nächsten Mal. Bye bye, macht's gut. Bye bye, macht's gut.